hallo hier ist man von liebste schwester und unser heutiges projekt ist diese kleine verpackung ist sich an der seite ganz einfach öffnen und wieder verschließen und wird auch nur auf einer seite geklebt und sonst nur gefalten sieht in allen möglichen farben ganz süß aus hier ist meine weihnachtsversion und das papier ist aus diesen gastgeberinnen set das ist ein richtig dicker block und dieser hat auch diese tollen weihnachtspapiere hier sieht es noch mal vielfältig feierlich heißt ja und der schöne stempel den ihr hier sieht ist aus diesem set funkelnde feiertage heute probieren wir was neues ich zeige euch wie ihr das bastelt und zwar ohne dass ich euch dabei voll quatsche ihr schaut einfach zu allem also dann eingeblendet und dann wünsche ich euch viel freude beim basteln und los geht's mit dem designer papier hier Vielen Dank. 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 Vielen Dank.